Willkommen zurück zu Let's Play Windforge So, dann haben wir nun jetzt unsere Sachen wieder Und wir werden nun Falsch Ja, World Map Wir werden jetzt nun Zu Leviathan's Cove Gehen Cove So, Feind Albedo So, das ist nämlich dort oben Ja Das ist nun unser nächstes Ziel Oh Hier bin ich wohl falsch Aua Haut ab, einen Moment Ich speichere mal lieber So, oh Da kommt schon, Aua Nein, ich wandle nicht so weit Dafür speichert man Das ging mir ein bisschen zu schnell So Verschwindet Verschwindet Aua Aua So, erster tot Und zweiter auch tot Genug Munition haben wir ja Und nochmal speichern Oh, da oben ist sogar eine Truhe Aua Aua Stürb doch mal Stürb doch mal Ah, jetzt Jetzt stirb doch mal Kim Warum macht es auf Hab ich keine Ich glaube, ich hab nichts mehr Zu essen gehabt Ey, okay Dieser Gegner Hat wahrscheinlich Tausend Leben Ich gehe mal davon aus Das ist ja irgendwie der Boss Weil er ja auch In diesem Raum ist So Oh Klamottenbekleidung Nimm Oh, noch mehr Heilung Nehme ich auch Aua Musste ja passieren So, da unten ist der Okay, so weit kann ich damit nicht nach unten Aber hier Leider habe ich gerade keine Granaten dabei Oh Oh, schlecht Ganz schlecht Wer nimmt das? Oh, verdammt Aua Verdammt So Jetzt machen wir es besser Und das war die Das war's mit der Tür Aua 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 Aua, das ist schlecht Das ist ganz schlecht gerade Ah, das ist auch schlecht Ich hasse dich Alter Deal Das Ding da Hat er ihn tot verdient Oh 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 Ah, so. So, verdient. Oh, war wirklich ein Boss? Ah, ist tot. Was ist das hier? Keine Ahnung, ist auch egal. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Le- äh, Spiel. Hallo? Hallo? Ach, nö. Hä? Hä? Hallo? Was passiert hier? Gut, vielen Dank, Spiel, fürs Abstürzen. Aber der Boss ist immerhin jetzt besiegt. Also, ein neuer Versuch. Wieder runter zum Schiff. Also, wenn ich hier sowas sehe, dann müssen wir schon, äh, durchsucht haben. Toll. Naja. Dann steigen wir wieder ein. Und fliegen weiter. Wo ist jetzt die Musik hin? Oh, aber wir haben dafür wieder Munition. Das ist doch schön. Gut. Wer hat die Insel da platziert? Wer hat diese Insel da platziert? Ich möchte jetzt ungern alles rammen. Insel da. Okay. Jetzt. Auf geht's! Wir haben dich. Da. Gut. Gut. Du bist. Fürst. Du bist. Nee. Er. Immerhin ist Immerhin kommt gerade kein Wind, der uns irgendwo ganz anders Hindrückt Nein, 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 nein Dieses Mal nicht Ach, was ist denn das hier? Auf zu legen, Spiel Ich speichere jetzt mal Irgendwie, das Spiel will er heute nicht so ganz Kommt mir so vor Also, ihr seid nett Ach, was ist denn das hier? Ich starte das Spiel nochmal kurz neu So, jetzt sollte es besser funktionieren Und ich habe gerade, glaube ich, das erste Mal Äh, bemerkt, dass hier, hier sogar Sozusagen es markiert wird Wo man schon überall war Ja, das ist mir vorher noch nicht aufgefallen Aber dann müssen wir jetzt einfach nur noch nach rechts Ich bin jetzt, äh, ein paar Felder weitergeflogen Alleine Und ich habe auch schon wieder ein paar Inseln berührt Aber egal Wir haben keinen wirklich weiten Weg mehr vor uns So, ich glaube jetzt nur noch zwei oder drei Felder Zwei oder drei Gebiete Oh, zwei Zweimal muss es noch laden Dann sind wir da Und ich habe jetzt aber auch noch zwei Ich bin jetzt noch mal Anfänger Ich bin jetzt noch mal So, und wir sind da. Dann ist hier vermutlich irgendwo eine Insel. Ja, hier oben. Hier kommt mir aber ein bisschen klein vor. Achso, ne. Okay, geht noch weiter nach oben. Ne, was ist das hier? Wo ist die Hauptinsel? Und was brennt hier? Irgendwas brennt hier doch. Ich hab's doch genau gehört. Und ich bin's nicht. Noch nicht. Zumindest. Oh, ich weiß. War das nicht? Ah, ups. Oh, Hilfe. Will er mir langgreifen? Ich hoffe mal nicht. Das überlebe ich nicht. Der ist ein bisschen... großer als alle Waren bisher. Aua. Okay, äh. World Map. Ne, äh, doch. Naja, Main. Ja. Oh, was ist das denn? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Halt an. Ah, tot. So, also. Wenn ich das jetzt richtig gelesen hab. Ist unser Ziel. Dieses riesige... Teil. Diesen riesigen Himmelswall. zu töten. Ja, also. Wie soll ich das machen? Auf dem kann ich ja eine ganze Stadt bauen. So groß ist der. Oh, runter, 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 runter. Aua, jetzt fliege ich da auch noch gegen. Reparieren. Ich muss er weg. Egal. Ja, aber das war nicht so egal. Schnell alles reparieren. Ich schaff's ja nicht mal den normalen Himmelswall zu töten. Die sind ja schon zu stark. Wie soll ich denn so einen töten? Hab das gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ich glaube, die kreisen um diesen Wal. Am besten wär's ja, wenn wir einen kleineren haben. Ein kleineres Luftschiff. Okay, das... Nee, 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 nee. Ja, eins berührt mich. Ich komm nicht mehr runter. Oh, okay, ich lad einfach nochmal neu. Das ist ziemlich blöd. Das Gebiet. Okay, dann werden wir das jetzt anders machen. Wir gehen jetzt hier unten hin nach Wallstrom. Muss ich da einfach nur nach unten? Na, ein nach links und dann nach unten. Und dann werden wir uns dort ein zweites Schiff bauen. Eins, was nicht das Holz bestehen wird. Äh. Sondern, weiß ich nicht, Steinmetall. Mal gucken, was wir da so finden. Toll. 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 Und dann eins, was... deutlich kleiner und leichter ist. Einfach nur zum Kampf gegen... den... Leviathan. Weil mit dem Schiff hier... Komm ich nicht an... den Leviathan überhaupt ran. Und der Leviathan ist ja schon so groß. Der kann mein Schiff hier ja mit einem Bissen... verschlingen. Jetzt gehört da noch einer. Sollte ich mal nach unten gucken. gl deal. Komm. 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 So, wir sind da. So, oh, na egal, wir können hier raussteigen, ups, na egal, ja nicht so egal, ich brauch da Material draus, danke, das werde ich vielleicht nutzen, um bei euch einzukaufen, wenn ich mich nicht selber vorher umgebracht habe. Ah, Hilfe, das reparieren wir irgendwann anders wieder, vermutlich. So, dann hier runter und dann gucken wir mal. Das nehmen wir mal mit. So. 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 Dann. Äh. Äh. Okay, äh. Das Startluftschiff ist das. Naja, äh, so. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ballon. Ballon? Wo finde ich den? Weil ich überhaupt einen bauen kann. Ne, ich glaube ich kann keinen bauen. Zumindest nicht hier, vielleicht sollte ich da nochmal doch kurz auf das Schiff gehen. So, hier kann ich ja mehr bauen. Draften. Ach stimmt, das brauche ich auch noch Kupfer, Kabel und hier. Okay, äh. Okay, äh. Seide, Kleidung oder Stoff. So, ich hoffe mal das reicht. Nein, tut's nicht. Ah, super. Gut. Ach, wir, 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 wir gehen jetzt erstmal kurz einkaufen. Wir brauchen eh erstmal auch ein paar Blöcke. Bevor wir überhaupt anfangen können. Danke, das nehme ich einmal alles mit. Da ist noch ein Händler. Da ist noch ein Händler. Du Record der Mittel��. Ich kann mich weiter am Kopf haben. Ich kann mich vielleicht zubleben, sach duyend bis hinmal Dann gibt es ja auch kleine. Hier brauchen wir uns den und dann brauchen wir noch normale Blöcke wo kriege ich die oder habe ich genug vielleicht ja ich habe sehr viel holz wir können ja kurz eins machen Das Schiff können wir erstmal kurz umparken das steht vermutlich ein bisschen im weg Hier hin Mann so ist doch nicht so schwer Oder nehmen wir uns hier die Steinblöcke Ja so diese Größe reicht doch schon Hoffe ich mal wenn ich hier drin stehen hier drin kann ich stehen das sollte passen Dann Tür Tür wollte ich Eine Tür eine Tür 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 Ach da muss ich doch nicht hin hier muss ich hin Hier Tür Tür ist okay machen wir es so und dann Hier können wir dann einiges machen War wohl nicht so schlau naja Irgendwas war da noch Achso ja Chip Control Guck Na ja habe ich auch nicht genug von Fehlt eins okay Und dann müssen wir doch nochmal zum nächsten Shopkeeper Gut aber Ich glaube ich bin jetzt hier erst mit dem Part und dann bis zum nächsten Mal Der So dann du Untertitelung des ZDF, 2020